und bei folge 2 von entweder oder mit nadine hermann nutellabrot mit oder ohne butter ohne butter ja definitiv ohne butter klassisch oder skating klassisch eigentlich klassisch roland kaiser oder kapitel bra beides nicht so meins aber wenn vielleicht doch eher kapitel bra was wäre so deins also alle die mich kennen vermuten jetzt definitiv helene fischer aber ich höre ich eigentlich alles so mainstream mäßige kaffee oder tee kaffee uni oder läupe ja die läupe aktuell noch die läupe bier oder wein wein aue oder dresden